Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Maria Montessori, der am 7. März in Deutschland in die Kinos kommt. Ich bin das du, ich bin nicht Maria Montessori und auch nicht Maria Montessori, aber den Film wenigstens gesehen hat die Schlogger. Hallo. Hallo, servus, moin und ciao. International aufgestellt, das gefällt mir sehr gut. Liebe Schlogger, du hast Maria Montessori gesehen, also nicht persönlich, das könnte etwas schwierig werden, sondern den Film, der sich darum dreht, um ihr Leben nehme ich mal an. Denn ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn leider verpasst. Es ist natürlich immer ein bisschen doof, aber ich bin jetzt hier, um dich ein bisschen zu löchern über den Film. Und meine erste Frage ist ganz einfach, worum geht es eigentlich um Maria Montessori, außer vielleicht, dass du jetzt sagst, es geht um Maria Montessori. Also es geht um Maria Montessori, tatsächlich. Aber es ist nicht so ganz, also ich wusste auch vorher nichts über den Film. Ich kenne nur das Konzept, weil ich ja viel mit Kindern zu tun habe und Kommunikation und Lernen, bla bla bla, aber da werden wir sicher noch drauf zu sprechen kommen. Und dieser Film ist so ein kleines Fenster ihres Lebens. Also es beginnt eigentlich in, ich glaube in Paris und wir lernen da eine Frau kennen, die das schöne Leben lebt. Sie ist Künstlerin. Ich glaube, es stand auch irgendwo, sie ist Prostituierte. Das hat sich mir nicht so ganz erschlossen im Film, aber sie scheint es anscheinend zu sein. Kunst ist Kunst. Kunst ist Kunst, genau. Und es stellt sich heraus, dass sie eine geistig behinderte Tochter hat, ein Kind, das sie gerne irgendwie verstecken möchte. Es ist ihr unangenehm, es steht ihr in ihrem Leben im Weg, aber sie muss sich jetzt um dieses Kind kümmern, weil ihre Mutter gestorben ist, die sich bis dahin um das Kind gekümmert hat. Das heißt, das Kind ist ungefähr zehn Jahre alt, sie hat bis zu dem zehnten Lebensjahr auch nicht so viel mit dem Kind zu tun gehabt. Das ist der Einstieg in diesen Film. Und dann begleiten wir die Mutter und das Kind, die dann aus Paris nach Rom fliehen und da versuchen, einen guten Platz für das Kind zu bekommen, weil sie hat gehört, dass da eine gute Versorgung stattfinden kann. Und hier treffen wir jetzt auch auf Maria Montessori, die nämlich hier ein Heim leitet für geistig behinderte Kinder. Der Film spielt 1901, da ist Maria Montessori ungefähr 31. Sie hat bereits sehr erfolgreich Medizin studiert und auch als Ärztin gearbeitet. Wir befinden uns aber immer noch in einer Zeit, in der man Frauen nicht so ganz viel zugetraut hat und in der sie auch nicht viel durften. Also auch viele Leistungen, die in dem Heim stattfinden, werden ihrem Partner dann zugeschrieben. Also wir steigen da so ein bisschen, das ist eine Problematik, die der Film beleuchten wird. Und wir fangen eben damit an, dass wir in einer Zeit leben, in der man besonders auch Kindern generell und besonders behinderten Menschen und Kindern überhaupt nichts zutraut und für eine untere Klasse an Menschen hält. Und Maria Montessori wird in diesem Film mit ihrer Methodik eben zeigen, dass man auch in Anführungszeichen behinderten Menschen noch sehr viel beibringen kann und wird dadurch auch Erfolge erzielen, die auch messbar sind, die aber ihrem Partner zugeschrieben werden. Aber das ist so der Einstieg, wie man eben mitkriegt mit dieser anderen Geschichte, Parallelgeschichte, wie sie eben ihre Methodik entwickelt und es eben auch Erfolge dadurch gibt. Ja, ich war jetzt ein bisschen, also du hast mich neugierig gemacht, weil du ja gesagt hast, dass der Film nur eine bestimmte Phase ihres Lebens behandelt. Was ich immer ganz spannend finde, ich mag es nicht, wenn so Biopics, und dazu würde ich jetzt auch mal diesen Film zählen, wenn die versuchen wirklich so das ganze Gesamtleben abzubilden. Das ist dann immer so ein Gehetze, zuletzt gesehen bei dem Bob Marley Film, der das auch nicht so richtig hinbekommt. Konzentriert sich der Film denn mehr auf ihren beruflichen Erfolg oder geht es da wirklich auch mehr um das, was sie privat auch durchmacht? Also erstmal vom Umfang her, ich glaube der Film, soweit ich mich erinnere, ich glaube der ist maximal um fast ein Jahr ihres Lebens. Es geht eben um diese Schule und ihre Methodik und wie sie mit den behinderten Kindern lernt und wie wir eben sehen, wie die Entwicklungen machen. Aber es wird auch ihr Privatleben gezeigt, also da eben die Problematik mit ihrem Partner, der eben dann doch irgendwie nicht ganz möchte, dass sie weiter ist als er sozusagen. Es kommt auch ihre berufliche Leistung noch mehr, sie unterrichtet dann auch, wie heißt es, wenn man Leichen aufschneidet an der Schule? Äh, Pathologie? Ja, oder eben Anatomie. Genau und dass sie eben, sie wird glaube ich auch eine der ersten sein, die dann in Italien Frauen an einer Leiche operieren lässt, sozusagen. Es kommt aber wie gesagt auch ihr Privatleben, es stellt sich nämlich raus, dass sie selbst auch ein Kind hat und dass sie sich nicht kümmert, weil sie sich oder kümmern kann. Das kann ich jetzt nicht so genau bewerten, weil sie eben sehr viel beruflich leisten möchte und eine Karriereleiter hat und ihr Kind lebt auf einem Bauernhof. Auch sehr liebevoll wird es umsorgt, aber das wird auch für sie im Film dargestellt, dass es für sie auch sehr zerrissen ist, weil sie eigentlich für ihr Kind da sein will, aber eben weiß, dass sie sich auch auf ihre berufliche Karriere konzentrieren muss. Und das konnte ich als Mutter natürlich auch sehr gut nachvollziehen. Aber eben zu deiner Frage, es ist nicht nur diese Schule, sondern es wird auch schon ihr Privatleben gezeigt. Okay, geht der Film denn mit ihr wegen ihrem Kind hart ins Gericht? Oder ist es mehr so, dass der Film halt schon ganz, du hast schon, also von deiner Warte aus klingt es so, als ob der Film da relativ wertfrei dran geht, dass sie halt eben ihr eigenes Kind auf diesem Bauernhof lässt. Oder hattest du das Gefühl, dass der Film sich da ein bisschen eine Art Meinung rausnimmt? Ich glaube nicht. Der Film wird dann, ist schon eher auf der Seite von Frau Montessori. Ich weiß jetzt nicht, wie das jemand lesen würde, der keine Kinder hat und dieses Zerrissensein vielleicht nicht so gut nachempfinden kann. Also man merkt schon, dass es ihr einfach, sie findet es natürlich schrecklich, dass ihr eigenes Kind eher zu der Erzieherin da rennt, was ganz klar ist, weil das Kind eben da aufwächst und sie will auch für ihr Kind mehr da sein, will aber gleichzeitig auch für alle anderen Kinder, für die sie ja dieses Konzept entwickelt, da sein. Und die Zerrissenheit war schon nicht negativ dargestellt, ja. Hat man denn, wenn der Film zu Ende ist, ein Gefühl dafür, wie wichtig und auch groß ihre Errungenschaften und ihre Arbeiten war? Denn ich verbinde mit dem Namen Maria Montessori, dass es halt eben zig Schulen gibt. Meistens halt auch eben, wo Inklusion groß geschrieben wird. Also der Name ist mir geläufig, nur so richtig, wer die Person ist, weiß ich jetzt nicht. Aber hattest du das Gefühl nach Ende des Films, dass du verstanden hast, wie groß und wichtig sie war? Nein, das macht der Film nicht tatsächlich. Und der Film ist auch kein Erklärfilm, ich erkläre jetzt das Maria Montessori-Konzept. Was man auf jeden Fall lernt, klar, durch meine Synopsis und was du gerade gesagt hast, dass es eben um Inklusion geht und eben auch um die Förderung von geistig Behinderten. Und man sieht auch viel von ihren Lernmaterialien und wie sie das eben beibringt und dass die eben auch wirklich Erfolge damit erzielen. Also dass wirklich geistig behinderte Kinder, von denen man als Außenstehender vielleicht denkt, okay, was kann dieses Kind überhaupt lernen, wirklich dann lernen zu schreiben und zu rechnen und das siehst du in diesem Film auch, glaube ich. Und überhaupt die Kinder, die man da sieht, ich glaube, das sind echte geistig behinderte Kinder, weil das kann ich mir anders gar nicht vorstellen, dass das so dargestellt wurde. Du hast ja gemeint, du kennst es von Inklusion. Nun, das Maria Montessori-Konzept an sich, da geht es ja ganz viel drum, auch einfach individuell und selbstbestimmt zu lernen. Dass du eine Umwelt bietest, indem du den Kindern es ermöglichst, intrinsisch selbst lernen zu wollen. Also das ist ihr Konzept. Ihre Idee ist, wenn ich jemanden lernen aufzwinge, dann will er tendenziell weniger es lernen, als wenn er es einfach selbst sich erarbeitet. Indem du ihm die Materialien hinstellst, die sind leicht zu lernen. Man kann leicht erkennen, okay, hier muss ich irgendwas anderes machen und dadurch entwickelst du selbst so einen Ehrgeiz, das zu machen, was dich interessiert. Und du entwickelst eben selbst, entwickelst selbst Freude daran an deinen Erfolgen und machst immer weiter, als vielmehr jetzt in der, es in einem klassischen Schulsystem so wäre. Also da geht es nicht nur um behinderte Kinder, sondern auch um für alle Kinder ist das ein, kann das ein sehr erfolgreiches Lernkonzept sein. Und wir kennen es ja von uns, alles, was man machen muss, ist man erst mal so und alles, was man selber machen kann, was einem dann auch möglichst einfach ermöglicht wird, dass man es schafft, das lernt man eben schneller. Und dadurch, dass es eben mehr Spaß macht, das behält man eben auch besser. Also das Prinzip dahinter, das finde ich großartig, da stehe ich total dahinter. Aber der Film selbst ist jetzt nicht so ein Erklärfilm, sondern das passiert einfach in der Geschichte, die dann so erzählt wird. Wenn ich bedenke, wie weit wir jetzt im, ich nenne es mal, Behindertenbereich waren, noch vor 10, 20 Jahren, wo es ja immer noch wirklich Wohnhäuser gab, die unter aller Sau waren, möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie ist 1901, wo der Film Spielteil abgegangen ist. Aber wie inszeniert er das? Setzt er da auf so eine Art Schockwirkung oder versucht er das doch eher dezent abzuhandeln? Nein, das ist keine Schockwirkung. Aber wir sind hier schon, wir sind in einem betreuten Heim. Da kommen erst mal sechs alte, weiße Männer rein und erzählen dann, dass hier sind Menschen, die nichts wert sind und es bringt doch alles nichts, was sie hier machen. Und da muss sie sich natürlich gegen viele Strukturprobleme und Systemprobleme dann erst mal behaupten und ist dann relativ liebevoll mit den Kindern und sagt eben, dass es auch viel um Berührung geht und dass wir eben auf sie eingehen sollen. Und das macht er nicht mit Schock, sondern wir sehen hier einfach, was ich auch gerade meinte, vermeintlich, ich denke schon, echte behinderte Menschen, mit denen dann sehr liebevoll und umgegangen wird, auf die dann gehört wird, auf die eingegangen wird. Und das macht er schon gut, der Film. Klingt für mich so ein bisschen, als ob es da auch ein bisschen um den Kampf gegen die, ich nenne es mal Obrigkeit geht. Ja, also es geht Kampf um die Obrigkeit und eben das System, in dem eine Frau einfach auch nicht so viel machen durfte. Erst mal eine Frau und dann eben auch die ganzen, in großen Anführungsstrichen, weiblich zugeschriebenen Werte. Also, dass man liebevoll mit jemandem umgeht, dass man auf jemanden eingeht, eine Körperlichkeit, Gefühle, sowas auch. Also, in der männerdominierten Welt mit solchen Werten dann anzukommen. Wie ist der Film denn jetzt allgemein inszeniert? Ist der eher ein bisschen dröge inszeniert? Erlaubt er sich ein paar inszenatorische Kniffe? Was sagst du jetzt? Ich versuche hier mein Bestes. Ja, der ist richtig dröge inszeniert. Richtiger Kackfilm. Nein, aber nein, mit dröge ist es jetzt gleich ein bisschen hart gemeint, aber… Klassisch. Ist er eher klassisch inszeniert? Erlaubt er sich vielleicht ein paar inszenatorische Spielereien? Würdest du sogar sagen, dass es vielleicht da hier und da ein paar kreative Kniffe gibt? Weil, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen. Das Einzige, was ich jetzt sehe, sind hier so ein paar Bilder und ein Poster. Und das sieht für mich halt alles sehr nach, ja, ich sage es ganz ehrlich, mal nach Zahlen aus. Ja, das würde ich schon, also von der Bildaufteilung und von der Bilddarstellung schon, also da haben wir jetzt keine herausragenden Szenen. Was mich eben überrascht war, war diese Erzählangehensweise mit, dass wir eben diese andere Geschichte haben, die so ein bisschen einfasst. Diese völlig fremde Person, von der ich nicht mal weiß, ob es die wirklich gegeben hat. Könnte aber schon sein, weil sie wird sich dann so als Mäzen für Maria Montessori herausstellen, dass die Geschichte von der Ansicht her erzählt wird. Also das war für mich so ein bisschen das, was Besonderes war, dass wir erst mit dieser Prostituierten in Paris anfangen und ihrem Kind und so diese Geschichte dann und diese Beziehung der beiden so ein bisschen reinbringen auch. Und wie schlägt sich die Hauptdarstellerin? Das ist eine gewisse Jasmin Trinker oder Trissner? Ich, Gott, ich und Namen? Also die ist mir nicht negativ aufgefallen. Ich habe ihr die Rolle abgenommen. Ich war drin in dem, ich meine, wir sind ja Anfang des 20. Jahrhunderts in Italien und in der Atmosphäre war ich auch drin. Hat gut funktioniert. Gibt es denn irgendjemanden, den du diesen Film besonders empfehlen würdest? Also ich war ja sehr interessiert, wie gesagt, von dieser Pädagogik-Richtung her, aber da der Film ja wie gesagt kein, ich erkläre dir, dieser Pädagogik-Film ist, fällt da für mich die Zielgruppe so ein bisschen weg. Aber es ist natürlich schon sehr spannend und auch empowernd zu sehen, wie die Erfolge, die man mit diesem intrinsisch fördernden Lernmechanismus auch bei geistig Behinderten eben erreichen kann. Das war schon ganz schön. Dafür ist noch ein bisschen viel Fleisch, eben diese anderen Geschichten, die dann auch relevant sind, im Film dabei. Aber der Kern ist eigentlich was sehr Schönes und dass das eben funktionieren kann. Okay. Tja, wenn es doch nur irgendwie jemanden gibt, der mir als Nicht-Kenner erklären könnte, wie Kommunikation funktioniert zum Beispiel mit Kindern oder so. Ja, vielleicht finde ich da so am Ende des Podcasts ja eine Antwort. Mal schauen. Ja, gibt es sonst irgendetwas, was du noch zu Maria Montessori dos werden möchtest? Irgendwas, was ja hinter den Nägeln brennt, auf der Zunge liegt, hinter den Augen wartet, hinter den Ohren sich versteckt hält, dann lass es jetzt bitte raus. Ja, also der Film ist nicht lang, der ist eine Stunde 40 lang, der Film ist solide erzählt, macht jetzt keine Kapriolen, aber das ist schon ein Film, den man sich angucken kann. Wenn einen die Montessori-Pädagogik mehr interessiert, würde ich da eher ein kleines Buch empfehlen, aber es ist schon interessant, so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Maria Montessori und die Kämpfe, die sie so kämpfen musste, so ein bisschen kennenzulernen. Es ist ein kleiner Film und das ist das, was mir jetzt hinter den Augen und Zähnen und Haaren gebrannt hat, eigentlich mein Fazit schon. Okay, klingt für mich nach einem soliden Film, nach so einem Film, den wir damals in der Schulzeit so am letzten Tag von den Ferien geguckt hätten, wo der Lehrer, Lehrerin gesagt hat, okay, wir machen jetzt, wir müssen einen Film, wir gucken jetzt einen Film, irgendwas Pädagogisches muss aber sein, dann haust du halt eben so aus dem Maria Montessori raus. So klang es jetzt für mich. Ja, so ein bisschen vielleicht, genau. Also es wäre schön, wenn ein bisschen mehr über diese Pädagogik und über diesen Ansatz des selbstbestimmten Lernens verbreitet wäre. Vielleicht wird das ja ein Riesenhit und dann gibt es so einen neuen Trend, da gibt es dann einfach Filme, die erklären, warum Adolf Kolping, Berufskolleg, Adolf Kolping, Berufskolleg heißt. Ich meine, es gibt doch solche Namen hier, Hildegard von Bingen, wobei da gab es schon Film Vision hieß der, glaube ich. Aber kennst du das nicht auch so, du fährst in irgendeinem Gebäude vorbei, das heißt halt irgendwie so und so Gesamtschule, so und so Realschule und du fragst dich, wer war der oder die eigentlich? Ja, das denke ich immer bei jedem Straßenschild, wo dann hier Knudrich von Bersenheim und dann steht da drunter, war von 1803 bis 1805 Straßenverkehrsmeister in was weiß ich wo. Dann denkst du, okay, freut mich für den Herrn, dass er jetzt hier einen Straßennamen bekommen hat, aber da frage ich mich oft, wo kommt, was sind das für Persönlichkeiten? Der Star ist Born und Maestro, der neue Film von Bradley Cooper, Knudrich, der Straßenmeister. Okay, gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt hier mit euch, ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, denkt daran, Maria, Mutter des Zuhörers ab dem 7. März in den deutschen Kinos. Uns gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt, könnt ihr gerne mal drauf gehen, auch Bewertungen da lassen, natürlich vorzugs positive Bewertungen und noch Kommentare. Kommentieren könnt ihr auch direkt auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de. Okay, ja, damit sind wir durch. Jetzt fehlt mir noch ein, also Frau Storger, du musst mir helfen, ich möchte gerne mehr zum Thema Kommunikation mit Kindern wissen. Was würdest du mir da empfehlen? Was würde ich dir da empfehlen? Lass mich kurz überlegen, das ist eine schwere Frage, die mich wirklich aus dem Nichts trifft. Du könntest auf meine Website gehen, schlogger.de oder in meinen Shop schloggershop.de, jetzt so spontane Antwort, denn ich habe da, fällt mir gerade ein, hatte ich fast vergessen, ein Buch drüber geschrieben, über Kommunikation mit Kindern. Nein. Content haben. Dann könnt ihr auch auf Social Media gehen, unter The Schlogger findet ihr mich eigentlich auf allen Plattformen und da gibt es die ganzen Sachen auch umsonst. Eine Frage hätte ich noch, was bedeutet eigentlich intrinsisch? Intrinsisch bedeutet von innen heraus, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du musst jetzt mit mir einen Podcast machen, dann sagst du ja, kacke, okay, mach ich jetzt. Aber wenn es du sagt, ich habe richtig Lust jetzt mit Schlogger einen Podcast zu machen, dann kam das intrinsisch aus dir heraus, also etwas, was du selber machen möchtest und das zu fördern, denn wenn wir etwas lernen, weil es uns Spaß macht, dann behalten wir auch das Wissen viel mehr und auch das Können, wenn wir dadurch lernen, was wir dadurch lernen. Und diesen Podcast. Vielen Dank. Sehr gerne. Ciao. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.